Hallo, ich bin der Tim, ich bin 47 Jahre alt, komme aus Aachen und heute werdet ihr Teil meiner Transformation bei OC. Ich bin 48 Jahre alt, komme aus Aachen und ich bin 48 Jahre alt, komme aus Aachen und ich bin 48 Jahre alt. Es ist super geworden und genau so habe ich es mir vorgestellt. Vielen, vielen Dank. Ich war eben mal kurz draußen in den Spiegel geguckt, durch die Haare gegangen. Also man kann das gar nicht mit Worten beschreiben, das ist einfach, ich hatte ja eben gesagt, so von wegen, dass so ein Bild von mir vor Augen hatte und das Bild habe ich jetzt im Real im Spiegel vor mir. Also das ist absolut toll. Also es ist eine Riesenchance und ich bin jetzt schon mega happy. Und ja, man kann ja altersgerecht quasi sich das Haar aussuchen. Ich habe mir jetzt quasi ein relativ graues System ausgesucht, was ich auch meine, dass es zu mir passt. Also man sieht ja auch hier an den Seiten, dass der Übergang super gelungen ist. Und auch nochmal vielen Dank an Anna. Die hat das echt toll gemacht. Irgendwie die Spirit, die hat voll gestimmt und also hat einen tollen Job gemacht einfach. OC ist es einfach, alle sind nett, alle kommen auf einen zu und man plaudert ganz locker. Es ist eine tolle Atmosphäre hier. Aaau! Untertitelung des ZDF, 2020